Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen, wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2452 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Bediener Zopf, Ralf Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatzantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über den erwähnten Zusatzantrag und schließlich über den Gesetzentwurf abstimmen lassen. Die Abgeordneten Bediener Zopf, Ralf Schallmeiner, Kollegen und Kollegen haben einen Zusatzantrag betreffend die Einfügung neuer Ziffern 5a, 5b, 6a und die Einfügung eines neuen Absatzes in Ziffer 7 eingebracht. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen schließlich zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit und damit auch angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Ich bitte jenen Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung die Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist die Mehrheit der Gesetzentwurf ist damit auch in dritter Lesung angenommen. Das ist die Mehrheit. Vielen Dank.